Prinz William und Herzogin Kate sind absolute Sportfans und zeigen sich regelmäßig bei wichtigen Turnieren und anderen Sportveranstaltungen. Am 31. Juli unterstützte der Thronvolker die englische Frauenfußballmannschaft im Wembley-Stadion beim EM-Spiel gegen Deutschland. Allerdings kam er ganz alleine. Mit Tochter Charlotte hat Prinz William noch vor dem Finalspiel eine Videobotschaft auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht, um das englische Team anzufeuern. Der Prinz lobte darin den Einsatz der Mannschaft, während Charlotte neben ihm saß. Viel Glück, ich hoffe ihr gewinnt. Tschüss, schloss der Mini-Royal das süße Video ab. Ins Stadion selbst kam William allerdings allein. Wo war vor allem Herzogin Kate? Ihre Abwesenheit dürfte sicher viele Royal-Fans enttäuscht haben. Doch auch die Herzogin von Cambridge war in sportlicher Mission unterwegs und hatte daher einen guten Grund, dem EM-Finale fernzubleiben. Während William im Fußballstadion war, unterstützte sie das britische Segelteam und nahm an einem Rennen im Ärmelkanal teil. Im Neoprenanzug macht Kate eine super Figur. Außerdem präsentiert sie dieses hübsche Outfit. In weißer Shorts und gestreiftem Pullover sieht Kate mindestens genauso toll aus wie in ihren edlen Kleidern. Kate war im Rahmen ihrer Schirmherrschaft von 1851 Trust, der Wohltätigkeitsorganisation der britischen Sail-GP-Mannschaft, bei dem Rennen dabei. Bei so viel sportlichem Einsatz dürften es ihr die Fußballfans sicher verzeihen, dass sie beim Finalspiel der EM nicht dabei war. Gewonnen hat England gegen Deutschland auch ohne die physische Anwesenheit von Herzogin Kate. Wir gratulieren! Untertitelung des ZDF, 2020